Servelat, grüße euch, ja, und dann sind wir doch schon gleich wieder beim nächsten Trailerchen angekommen. Jetzt muss ich mich am Anfang mal bei zwei Menschen bedanken, das wäre einmal die Diana, die mich überhaupt auf dieses Thema gestoßen hat, die Matria. Wahnsinnig spannend, wirklich empfehle ich euch echtes mal, euch anzutun im Hauptfilm, denn ihr schauen könnt bei Bitchute, bei VK, die sich den Trailer bei WegnusTV aufrufen, wisst ihr ja. Den entsprechenden Link in die Browserzeile und dann ab damit. Und dann hat sie mir noch, hat sie mir noch ein Video zukommen lassen von dem Menschen, der einen YouTube-Kanal hat, Dancing with Demons, per Anhalter durch die Gematria, eine ausführliche Anleitung zu ihrer Handhabung. Und das habe ich jetzt einfach hier mal mit reingenommen, weil der erklärt es sehr gut. Und ich werde dann natürlich auch mal das ein oder andere Wort selbst dann probieren. Also dann hoffentlich bis gleich und macht's gut. Tschüss.